Guten Tag! Hier langsam und gemächlich nähert sich ein 2015er Ford Mustang GT Premium für unseren Händlerkunden in Deutschland. Wurde konfiguriert, auf uns zusammengestellt, ist niegelnagel neu, das ganze Fahrzeug ist neu, das ganze Konzept ist neu, die Generation ist neu, aber es ist immer noch ein Mustang und es ist immer noch ein GT und es hat immer noch einen 5 Liter 8 Zylinder, Coyote. Außenweiß, 18 Zylinder-Standard-Pellen, Xenon, innen, wirklich interessant, die neue Farbkombi mit dem Redline, das heißt wir haben hier Bicolor, Schwarz und Rot. Kurzer Rundumblick, wie man sehen kann, haben wir noch ein paar andere Fahrzeuge heute zu bearbeiten. Der neue GT, überzeugt mit seinem neuen Design, etwas wuchtiger, etwas bulliger, etwas breiter, etwas tiefer, wurde auch sein nach zehn Jahren. Werfen wir vielleicht einen kurzen Blick auf den Motor. Und zunächst noch einen weiteren Blick auf das Design des Ganzen. Hier im Herzen befindet sich der eigentlich altbekannte V8 5 Liter Coyote von Ford. Er wurde etwas gearbeitet, hat nun 435 PS. Die Umstrebe ist jetzt auch wohl serienmäßig, zumindest von Premium. Er hat etwas bessere Verbrauchswerte als zuvor und bessere Fahrwerte als das Vorgängermodell. Im weiteren Rundumblick sehen wir ein komplett neues Interieur, das an ein Cockpit eines Flugzeugs erinnern soll. Das Fahrzeug ist ein Handschalter. Es gibt ein großes Display in der Mitte. Ein sehr geräumiger Kofferraum. Ein Blick auf den Marker ihres Vertrauens. Und steigen wir kurz ein. Und schön verarbeitet. Das Fahrzeug hat ventilierbare Memory-Sätze, was sehr schön ist. Das Shaker Sound-System, überheizbare Sitze, diverse Fahrmodi. Und ist natürlich ein Cabrio. Das Verdeck ist elektrisch. Das ist ein bisschen Sound. Das ist ein bisschen Sound. Und dann räumen wir sie zu Hause. Hier noch ein kurzer Blick auf den Bildschirm. Wenn man in den Rückblick drangeht, sieht man hier die Rückwärtskamera. Da ja die Heckklappe offen ist, sehen wir den wunderschönen Himmel Floridas. In der Mitte hat man hier auch noch ein Bildschirm. Hier nochmal die Kamera. Das ist in allen ein sehr gelungenes Acht-Cylinder-Cabrio, auf das sich unser Kunde schon sehr lange freut. Wir, das Team von Schlohner Autobruckers in Florida, wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit diesem schnittigen Cabrio. Da wir uns ja hier schon bei unserem Verschiffungspartner in Florida befinden, bewegen wir den Wagen nun zum Container, dort wird er verpackt. Der Container geht nach Bremerhaven und von dort geht das Fahrzeug nach der Umrüstung schließlich und endlich zu seinem Endermeh. Immer wieder. Vielen Dank.